Also das ist jetzt das Motor, wo der Kevin gefahren ist, das Piaccio Ciao, 1969, ist so geil, mein Jahrgang, mit einem speziellen Auspüffchen dran. Ja, nicht ganz so genau, und er hat so einen totalen Rechtsstaat, als man nicht mal sieht, wenn man nicht so ist. Er will nicht drauf sein, aber das respektieren wir natürlich. Meine Favoriten sind die Deutschen, hallo liebe deutsche Freunde. Ja, und da haben wir noch einen Boxer, Piaccio Boxer, alles original. Oh, eine gute Patina, aber guter Zustand. Und das ist das Rote Ciao. Das ist erste Hand von einer Frau, 45 Jahre, die letzten 20 Jahre gestanden und läuft. PX, das ist ja PX.